Hier ist Gartenvideo.com von der Chelsea Flower Show, mein Name ist Markus Kuppelt und das ist der Garten im Ödland, Wasteland von der Designerin Kate Gold. Unter dieser jährigen Chelsea Flower Show vielleicht einer der interessantesten Gärten, einer der schönsten Gärten, der mich auch am meisten überzeugt hat. Und nicht unbedingt die Geschichte, die dahinter ist, nicht unbedingt das Wasteland, das Thema Ödland, das hier halt eben Materialien aus dem industriellen Ödland, aus abgefragten Fabriken benutzt worden sind. Man sieht im Hintergrund die Wellblechwände, man sieht hier links wieder Wellblechwände, man sieht die Stahlgitter, die früher Ringen überdeckt haben. All das, als das wurde hier integriert, hier übrigens auch mal ein Rotodendron, sieht man gar nicht mehr so viel an der Chelsea Flower Show. Also nicht unbedingt das hat mich fasziniert und auch nicht unbedingt die fantastische Qualität der Einzelbepflanzung, die man vorhin gerade gesehen hat, die natürlich an diesem wunderschönen Spätfrühlingstag in London speziell zur Geltung kommt. Nein, mich hat überzeugt die raumschaffende Architektur. Es ist eine Symmetrie da, die auch wieder rechts und links leicht gebrochen ist. Es steht nicht überall das gleiche rechts und links, aber es ist eine architektonische Symmetrie da, die wie von selbst Räume schafft. Räume, die dann selber für sich dastehen, wo das Auge ruht, wo man sich selber ausruhen kann, wo es Bänke gibt. Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Also mich hat die architektonische Qualität dieses Gartens, eben Räume zu schaffen, zu unterteilen, Struktur zu schaffen und doch wieder zu durchbrechen, überzeugt. Mehr noch als das Thema Wasteland, mehr noch als die Pflanzen.